ein wunderschönen guten tag florian und ich waren mal wieder wild in verdanz unterwegs und ich kann nur sagen sperrt eure töchter oder festen ein es wird mega spaß gemacht macht immer spaß immer es macht immer spaß mit dir meine güte du wir hätten wirklich den kill da eben gerade gehabt in dem haus dahinten wäre ich hinter dir her gelaufen bald hat sich das ich dann von diesen einen von diesem einen sniper da erledigt von den campers wurde und bin halt echt im treppenhaus gewartet das sind sie alle dreckige camper aber das cod das hat unterschied zu battlefield beim battlefield einer kämpft und das passt ja nicht machst das haushalt kaputt da gab es auch keine noch keine zone obwohl es gab ja firestorm ja aber das tut mir leid das spiegel ja das war wirklich easy es war halt ein spiel du sagst ja am anfang es war es gespielt war okay aber langfristig ich muss sagen das wurde halt es war halt ein erzwungenes battle royale also wirklich man hat gemerkt das ist so schnelle welle mal gemacht obwohl es sehr lange gedauert bis es überhaupt reingekommen ist weil das war ja vor allem auch gerade in dem in dem battle royale mit mit player und pubg pubg war geil bis die erste hacker wenn er kam und die leute dann fast in unsere blue zone und das massive camping weil die pubg war ja eine dreiviertel stunde weg du hast endlich waffen und dann saß da einer mit einer pfanne machen und zwar extrem weitläufig wenn du eine snipe oder sowas hat es warst du hast du warst du warst dann halt extrem im vorteil ne bis denn hin ja suchst du aus ja suchst du echt suchst du mal aus ich bin nicht mehr geredet ich bin nicht mehr stelle ist so ein bisschen wo wirst du sterben er wurde zu gewinnen er wurde er vor ganz links und die genau das wäre Der hier. Findet und stellt den Feind. Oh, nee, ne? Bist ihr gefallen? Nein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich draufgegangen bin. Der ist nicht erschossen. Mhm. Ehrlich gesagt, ja. Aber da war noch ein anderes Team. Also die Jungs sind definitiv in den Hangern. Hat das Plates? Schritti? Ne, Plates hab ich null. Warst du das? Ja. Habt ihr den Arsch gerettet? Hinter uns, hinter uns. Unterwegs. Nicht so weit nach vorne laufen, warte mal. Sekunde, ich bin hinter dir. Jetzt. Wo ist denn der hin? 39 Meter, hier. Da ist er. Super low, super low. Oh. Maschine. So sieht's aus. Haben zwar keinen Loot, aber machen Kills. Der hat ja wahrscheinlich eine Platte, ne? Jo, endlich. Hab ich mal eine. Lass mal in die Richtung gehen. Mit einer Uzi. Uzi? Kann man mit einer Uzi was ausreichen? Äh, ausrichten? Ausreichen. Ne, mit einer Uzi kann man was einreichen. Kids. Was? Müsste einer gestorben sein? Hahaha. Was für einen Lappen, alter. Alter. Ich fasse es ja wohl nicht. Würde gerne meine... Wie liegt der hier? Wie ist der Mieter neben? Wie liegt der hier? Ja, hab ich ihn. Ich hab's da. Wo wollen wir hin? Ach komm, lass den Auftrag machen. Oder hier vorne ist noch ein Kill. Machen wir Auftrag. Ja. Ist hier noch irgendwo das Auto? Ich hab hier ein Fahrzeug. Ich bin auch die Leute vor mir, ja. Bitte. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Unter mir, unter mir. Noch wieder einer drinne. Und wieder einer drinne. Der hat gebrüllt. Also der... Der hat keinen Bock mehr. Ich hab mein... Ich hab mein Herz liegen lassen. Perfekt. Komm. Ein Hardspeed. Ein Hardspeed. Komm. Den die Schmuggelware machen. Ist hier nicht irgendwo ein Fahrzeug? Ist hier nicht irgendwo ein Fahrzeug? Hier ist nur einer gekauft ja von uns. Oder links. Los von. Oder? Ich würde jetzt einfach hinfahren. Kriegst nen Bauplan. Ich hab ihn glaube ich schon. Ich hätte ihn gerne. Ich geh ansteuern. Wir sind in der Sicherheitsdauer. Ersten Kriegner? Wir sind in der Sicherheitsdauer. Ersten Kriegner? Mhm. Er fährt da aber weg. Jetzt musst du die scheiß Tasche runterkommen. Na komm. Lalalala. Komm. Markier mir mal wieder einen Job. Wo wir hinfahren. Das ist der nächste, ne? Aber da sind Leute gewesen. Ja schon. Hattest du doch gesagt, oder nicht? Nee, weiter drüben. Auf einem orangschen Ping. Hier sind auch Leute gewesen, ja? Achso, hier sind auch Leute gewesen. Mein Deutsch lässt nach. Wir können uns nen Lodos holen? Ja. Ich will mal Lodos. Ei. Ausgesehen getroffen. Fracht eingezahlt und sicher in der Basis. Die Leute, die hier sind, haben wir auf jeden Fall Lodi. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Und, was hat uns genau so gekriegt? Du? Du kriegst die Nachtrunde. Ich glaub, das war für die K. Kriegen wir die jetzt beide? Naja. Was machen wir jetzt? Erbitter Aufklärung. Ja, wie üblich, ey. Lass mich mal ganz kurz meine Waffe wechseln. Dann schneiden wir beide weg. Hier ist eine K. Achso, ich habe meinen Cluster. Hast du ihn auch gut? Mhm. Seid ihr beide im Tower? Ich zieh nur einen, tatsächlich. Dann bleibe ich erstmal bei der Kilo. Um den kannst du nicht kümmern. Der wird wahrscheinlich oben einfach einen Aufgang campen, so wie es aussieht. Ja. Geiler Spielstil. Wo war man hin? Lass mal kurz gucken. Die Zone kommt hoch zu uns. Wir sind eigentlich Center. Ja, der ist oben drauf. Drücke vor. Schon gut. Hab ihn. Waren wir auf dem Turm? Naja. Gehen wir auf dem Turm. Bist du auf dem Turm? Ja, komm. Lass mal kurz gucken. Ich finde Turm übelst langweilig. Ich finde es auch eigentlich relativ riskant. Weil wenn du runter springst, ist... Ne? Da holen wir uns erstmal den Kill hier. Den Auftrag. Haben wir einen Kill-Auftrag hier? Ah, links von uns. Da hinten. In der Richtung. Markierung in Position. Hier rein. Ich habe nichts gehört, aber okay. Relativ sicher, dass ich Schüsse gehört habe. Aufrüstungslieferung ist unterwegs. Jetzt einer. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ja, der letzte. Bist du jetzt hoch? Auf jeden Fall. Okay. Der ist irgendeiner mit Ghost-Druck drin schon mit, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Ne, der hat auch keine Not-Auto-Ressource. In der Platte, wenn du willst. Hier ist Panzer rum. Holen wir uns einen Auftrag? Woll gern machen. Wo liegt der denn hier? Unter uns. Hä? So, ja. Ähm, ich... Hast du da Leute? Hier ist einer. Hier ist einer. Oh, noch. Hier Hände, oder? Hier ist auch einer. Hier ist auch einer. Dort. 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 Wo wirst du hin? Warum wirst du hin? Dort hin? Wir müssen dann wieder zurück über das Airport. Hier ist... Was machen wir denn? Wo? Da? Ja, zwei Stück. Ja, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich bin jetzt gerade voll überfordert. Wir sind hier in der Mitte. Dann wollen wir mal einen Rand laufen. Machen wir. Welchen Rand willst du denn? Äh, wir gehen hier in diesen Rand. Hier rüber. Ich hab gar nichts zu tun. Dann gehen wir Richtung Schuhe. Da längst. Rökel vorn. Bist du dabei? Nö, du. Okay. Hast du da noch welche am... Nicht, wo das auf dem... Erfurt niemand ist. Ein hier hinten. Hab ein Ziel markiert. Da war auch einer. Ich zieh los. Hätte das sein können, dass man sowas trifft. Okay, ich verstanden. Ich würde sagen, gehen wir hier zu den Häusern. Okay, in Bewegung. Wesser als nichts. Wie weit ist eine Zone? Lasst uns mal bitte noch abhacken. Ob das eine Zone ist, die hier hoch wandert. Nehme neue Position ein. Oder ob das eine Zone wird, die hier runter wandert. Nehme neue Position ein. Ja, wir könnten. Wir könnten aber auch... ...den hier erledigen. Hab ein Ziel. Gut gemacht. Das ist ein Call. Ne? Der hat mir gefallen. Zack. Relativ sauber alles hier. Unter uns auch niemand. Ziel, gleich da. Nicht so, wenn ich eine Muni küsse. Ne, brauchst du Sniper Ammo? Ja, noch habe ich 34 Schuss. Aber die Frage ist halt, wie viel kann ich probieren? Und meine Nasen gibt. Schon wieder. Die juckt aktuell ganz oft. Oh, hier. Nehme neue Position ein. Die Vögel machen mich so alle, ne? Ja. Vor allem, wir hassen Camper und sind nicht selbstwächer. Perfekt. Ich würde sagen, deswegen rausspringen, oder? Jetzt haben wir einmal angefangen, jetzt können wir auch durchziehen. Einfach nur, um zu gucken, was die Vorteile sind. Ja. Ein schöner Ausblick. Ich denke. Ich denke. Ein schönes View. Nach dem Dam. Nach dem Dam. Nach dem Dam. Du kannst du nichts sehen. Denn es ist ein sch****y Ort. Einmal geht. Ach. Du kannst du nichts sehen. Und zu dir rechts, also nichts. Toll du nichts sehen. Auch nichts. Es ist ein guter Ort für terrible. Und, dass es ein guter Ort ist. Der Lägerid. Der Lägerid ist ein guter Ort. Sein neue Leid. Neimund scheiß. Neimund scheiß. Neimund. Neimund. Das ist der Ort, der hier zu sein. Auf der Polizisten vielleicht schon. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Uh, also es wird hier auf jeden Fall passieren. Heli kommt? Wo? Feindlicher Heli! Der hat gut gewendet. Ähm, wir wissen jetzt, wie die Zone ist. Ja, ja. Wollen wir hin? Nö, wir haben Highgrounds. Einer ist hier hinten drin. Obwohl, komm. Jai. Du hast es aufs... okay. Ich bin unten. Einer noch. Hier drin. Ich zieh los. Werfe Granate! Ich bin unten. Nein. Äh, mann Lacerato. Ich glaube, das ist ein Mad. Guck. Oh, Muni. Für diese Command Muni-Kisten. Das Gas nähert sich mir. Hier ist noch ein... Äh... Richtig. Lass aber auch hier weg, weil die denken, mit dem Heli sind wir hier. Ich bin da gerne als Verlauf nehmen. Du bist noch nicht gehst, wenn du bist. Schon wieder. Ja klar. Ja, ich glaube, das Problem mit der Munition hat sich jetzt gerade erledigt. Wir haben aber auch genug Geld, wollen wir Drohnen oder Prezi oder so noch holen? Ohne werd ich auch mal holen. Mach mal. Mama Junge, Mama. Hast du den Cluster geholt? Jupp. Oh komm. Brauche Aufklärung in meiner Position. Hier ist Falcon 3.0 bestätigt. Tranne startet den Überflug. Ich zieh los. Willst du pushen oder wird zu... Das ist noch eine Kiste. Das ist noch eine Kiste. Ich wundere uns, ist auch noch irgendwo einer hier. Wir haben sogar einen Granatenwerfer. Geil, wa? Soll ich den Heli erledigen? Nö. Weiß man den noch brauchen. Echt? Ich hab ihn ziemlich gut angehittet. Also... Damage hat er ordentlich. Ist hinter dem Gebäude. Ja. Der ist ein Satorn rein. Hat du halt. Oh wow. Dig, was ist das für ein Gameplay gerade? Das ist so das typische, was glaube ich 90% der COD-Spieler sind. Ne, das ist das hier. Guck. Ja. Und jetzt mach ich einen taktischen Vorteil. Nein, das ist nicht kein... Das ist kein Campen. Das hier ist taktisches Abwarten. Und ähm... Pro-Playing. Genau so wird gespielt. Ziemlich langweilig. Aber ich will nicht, ob er fehlt. Jemanden suchen gehen. Ich denke ja fast es endet hier. Neue Position. Meinst du? Ja. Ich geh stark davon aus. Oder... Da. Da ist auch. Lass auf den Zug gucken. Da kommt auch ein Auto. Ah! Bin ich angeschossen. Direkt hier. Direkt vorne. Scheiße. Alter. Er war auf dem Fahrzeug. Hast du sie? Ja. Ach, einen zweiten noch nicht. Ich komme wieder. Feindliche Drohne über uns. Keine Ahnung wo der andere ist. Ich hol mein Dach zurück. Das ist die beste Sache du kannst. Warte. Ganz kurz gucken wo der andere ist. Vor mir. Da ist eine... Da oben ja. Warte. Ich spring ab. Er pusht jetzt ins Haus rein. Werfe Granate! Schleifung! 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 Hab ihn. Ist's noch ne Blattenkiste wenn du du willst? Alter... Ich wollte dir gerade helfen. Ausrüstung markiert! Ich komme mir vor wie Tim the Tadman. Guck mal, wer da oben ist. Wo? Na, auf dem Tower. Die Lappen. Hier ist auch einer. Orange. Da kommt einer. Und dort. Wollen wir? Oder wollen wir im Haus warten? Ist das Bost. Oh. Wo ist der Frequenzmesser? Ist mein Hardbeat. Aha. Aha. Wenn du zwischen zwei Gasmasken switchst, kommt die ganze Zeit dieses... That's right. Ich bin so ein Blitzmerker. Willst du noch eine Drohne holen? Willst du geholt? Über uns. Ich hab... Ich hab noch Cluster-Schlag. Ich wollte noch eine Drohne holen, oder? Ich hab noch Cluster-Schlag. Ich wollte noch eine Drohne holen. Ich hab schon einen Perk voll. Cluster-Schlag. Dann du mal. Ja, ich hab auch. Ich hab einen Prezi. Okay. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Oh. Oh. Wir haben hier vorne. Bei uns. Hier vorne. Hier vorne. Sekunde. Ich mach mal. Ich mach mal einen Schlag. Beim Cluster. Okay. Sind jetzt dort? Die bleiben ganz gut. Oh ja, das tun sie. Komisch. Der weiß genau, wo ich bin. Du kannst da einen Prezi starten, ne? Auf den Stein. Dass der nicht rein ist. Ich bin aber hier neben dem Scheißgebäude drin. Ja. Läuft da gerade um die Ecke. Der andere ist hier auf dem Stein. Da hinten raus. Da drin. Die waren definitiv schon hier. Hinten raus. Das brauche ich. Gut gespielt hat er uns. Und wir haben nichts getroffen. Da ist der Gegner. Wo sind die vor uns? Oh, bitte kommt so. Ja, das war so klar. Das war so klar. Ich hol noch mal Platten hier. Ich komm zu dir. Okay, wir müssen los, ne? Ja. Leider. Komm, ich hab kein Geld für die Drohne. Bist du. Ich starte? Jo. Verbündete Drohne in der Luft. Starte Überflug. Wir sind nie vor uns. Aber die waren wirklich gut. Das Gas kommt. Ich komm mit... Warte, du bist schon wieder... Kannst du auch mit dem Auto. Soll ich den Wagen nehmen? Ganz gern tun. Die werden wahrscheinlich da unten sichern. Oben drauf ist auf jeden Fall einer. Noch sind wir nicht bemerkt. Ja, die sitzen alle da oben. Glaubst du, hinter uns sind noch Gegner? Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja. Lass uns hier... Lass uns hier um die Ecke. Ich bleib erstmal bei dir. Na, kommt. Wollen wir uns eigentlich verarschen? Also, mich wissen sie... Also, bei mir wissen sie, wo ich bin. Woher? Ich bin ja gerade wiedergekommen, ohne Ghost. Achso. Ja, was macht man? Das gleiche wie die... Da oben rumschümmeln. Na gut, wir haben auch schnell besser gekämmt. Achso, ein Lacker. In dem Moment, wo ich mich umgekehrt habe. Liegt an dir. Es sind... Fünf Leute, vier Teams. Ein Duo. Rest einzeln. Der ist raus, der ist raus, der ist raus. Mach weiter. Nachladen. Im Nahkampf MP. Oder halt diese Sprutfinder. Das war eins gegen eins. Oh nein. Oh nein, Florian. Oh nein. Wir wurden... Wir haben den Camper getötet. Und deswegen haben wir seine Energie aufgesaugt. Wir wurden selbst zum Camper. Waren erfolgreich. Bis zum Schluss. Und das Schlimme war, in dem Moment, wo ich mich umgedreht hatte, hat er mich geholt. Ich hab's probiert. Ich hab mein Bestes getan. Der hätte mal gewonnen, hätte ich eine Million Euro gegeben. Ärgerlich. Eine Million Euro? Ja, ja. Na geil. Geil. Scheiße. Oh Mann. Aber es hat mega Spaß gemacht. Danke nochmal für die tolle Runde. Ich danke dir. Und ich würde sagen, das war's für heute, oder? Das ist richtig. Ich geh jetzt auch. Mach ich den Outro? Ja, perfekt. Alles klar. Leute, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Wir versuchen jede Woche zu streamen, wenn's geht. Mindestens einmal. Oder mehrmals, wenn's geht. Ansonsten euch noch viel Spaß. Eine tolle Woche. ein tolles Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Perfekt. Perfekt. Tschüss. Perfekt. 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 Perfekt.